Und damit willkommen zurück bei Calvin and the Infamous Machine. Wir sind immer noch im alten Florenz und das ist der Leonardo da Vinci. Und das ist nicht unbedingt die Mona Lisa, sondern das ist einfach nur Mona ohne Lisa. Und das ist nicht so ganz gut, weil die ist ein bisschen verkniffen am Grinsen und das ist blöd. Deswegen kriegt ihr das noch nicht ordentlich zu Papier, das ganze Bild. Deswegen, ich habe noch keine Ahnung, wie wir das genau lösen, dass wir sie hier ein bisschen... Entweder, dass wir sie mürrischer machen oder dass wir die eigentliche Lisa, die eigentliche Person zurückbekommen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Wir haben ein Farbrezept. Genau, die Haarfarbe ist noch falsch. Wir haben ein Farbrezept für Haarfärbemittel. Haben wir eine Rabenfeder? Ne, ne? Eine Wurzel haben wir noch nicht. Beinknochen. Wir wissen, dass Knochen auf dem Friedhof sein müssen. Denn einen Raben haben wir da auch gesehen, eine Wurzel haben wir da auch gesehen. Das heißt, wir müssen auf dem Friedhof entsprechen. Was machen? Hm, wir haben ein Blatt. Das ist ein ziemlich schönes Bandscheit. Also, hier steht Blatt. Ich würde es eher als Decke bezeichnen. Pfeffer haben wir. Es sieht einfach wie das kleine Pfeffer, die auf dem Menü haben, um dir zu sagen, dass es sehr süß ist. Das ist richtig. Brauchen wir in jeden Fall das Rezept, warte mal. Äh, nö. Aha. Wofür brauche ich das denn dann? Kann ich ihr das geben? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, ich auch nicht. Aber man kann es ja probieren. Weihrauf haben wir auch dabei. Äh, äh, äh. Äh, diese Füge sind wirklich nicht grundsätzlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon überall gewesen bin. Jetzt hier eine Hacke haben wir auch. Es ist die Gravediggersehau. Ich wollte gerade sagen, die brauchen wir unbedingt für den Friedhof. Käseige Socke. Äh, es ist verrückend, wie viel das wie blödes Cheese trieße. Wahrscheinlich, ja. Okay. Habe ich noch ein lecker aussehendes Frühstück? Ja, warum steht das hier rum? Was denn? All das ist falsch. Vielleicht kann Leo es noch benutzen für Still-Liefe-Praktizien. Ich denke nicht, dass es funktioniert wird. Nein, ich würde nicht. Nein, ich würde nicht. Du schaust richtig, Chipper. Oh, danke. Entschuldigung, ich habe das nicht getroffen. Ich habe nicht getroffen. Nein! Die Frau hat euch für das Kompliment gegründet. Ja! Ich bin froh, dass sie vollständig ermöglicht, um ihre aktuelle Expresse zu behalten. Ich bin froh, dass es eine Verlust von seinem und meinem Begriff ist. Ich bin froh, dass wir alles schon gemacht haben. Oh, komm mal! Es ist kritisch für meine Mission! Ich bin froh, Zeitraveller. Ende der Welt oder nicht. Hm, das haben wir alles schon gemacht. Nein, haben wir alles schon mal gemacht. Okay, hör mich aus. Was ist, wenn wir Mona aufzunehmen? Ja, genau. Ja, genau. Das ist ein Problem. Aber ich würde nicht deine Hoffnung haben. Mona mag nicht, sich zu fragen. Ich werde etwas finden. Wie du möchtest. Das haben wir alles schon mal gemacht, ja. Das komische Schild über die Stadt, das haben wir schon mal. Da haben wir ja auch entsprechend eine Anleitung gehabt. Ne, eine Anleitung nicht. Was haben wir denn dann gehabt? Wir haben... Woher war denn das? Was ist in der Küche? Anscheinend nicht. Ich bin, ich bin lebonatus offizieller Vorkaster. Ähm. Achso, okay. Das haben wir schon mal gemacht, genau. Da wackelt sie fröhlich vor sich hin. Also der ganze Mensch. Ähm. Und seine Einzelteile, Rezepte. Ja, wollen wir uns das anschauen oder was? Ich guck nochmal. Chef Benedikt Roser, Step 1, Step 2. Boil Weed, Step 3. Achso, okay. Das können wir schon. Chef Benedikt, Step, Step, Step 3. Hatten wir nicht hier, aber... Irgendwo hatten wir noch ein Rezept. Ach nee, das war in der Hütte vom Totengräber, war das. Okay. Das ist es. Ich kenne deine Hände. Äh. Hm. Irgendwann müssen wir... Also wir müssen wahrscheinlich... Das noch in die Küche packen irgendwann. Aber ich glaube, das geht noch nicht. Beziehungsweise kann ich jetzt gerade mal nicht machen. Öh, ansonsten. Pfefferbursch. Ja. Aber komme ich von hier auch wieder runter oder was? Fassade. Das geht zum Dorf, genau. Hm. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was man hier alles machen könnte und sollte. Das haben wir noch nicht bewegt und benutzt. Beziehungsweise wir brauchen halt einen Schlüssel, ne? Genau. Haben wir einen Schlüssel? Äh, haben wir Weihrauch vielleicht. Ich auch nicht. Hätte sein können, dass es irgendwie klappt. Warum auch immer. Wir müssen auf jeden Fall noch rein. Den... Also gefühlt habe ich alles vergessen seit dem letzten Mal. Sorry dafür, aber naja. Das ist schon ein paar Tage her jetzt. Hey, äh... Do either of you know... Leonard... Weit your turn, Rectangle. I'm not cutting. I'm not cutting. Oh. Das hast du schon gemacht. Okay. Können wir da eine Hacke vielleicht hingeben? No, I'd rather... Hm. Können wir die Bruch räuchern? I don't think... Okay. Hätte sein können. Das Anschild. Alberto's Alchemical Sundries and Miscellany. Hier waren wir auch schon drin. Genau. Wir... Wir müssten ihm beweisen, dass das Gift nicht funktioniert, ne? Oder was war das? Soweit ich mich entsinne? Rat Blaster. Blast Rats faster than a vast pack of fat cats. Genau. Das ist doch nett. Genau das brauche ich. Was hat das ganze Rattengift? Hast du irgendwas um diese Pflanzen zu beruhigen? Äh... Okay. Kannst du mir was von diesem Bronifizierungselektriere zusammenpatschen? Haben wir ihn da schon mal nach was gefragt? Ne, ne? Was ist mit all dem Rattenpuisen? Ja, das kennen wir schon. Ah, genau. Das heißt, gefühlt ist es so ein Aufruf von wegen du brauchst das für irgendwas. Was... You got anything that could tame an angry plant? Ugh, is that monstrosity with a graveyard acting up again? You know about it? I created it. Accidentally, I admit. Heh. Spill one of my most volatile concoctions on an innocent little weed. Then you gotta have something that can calm it down. I have pills that should soothe it, yes. Uh huh. Ich nehme sie. Sehr gut. Und wie sollst du diese Nacht bezahlen? Äh, lass mich zu dir zurück kommen. Gibt es eine Chance, dass ich die Pflanzenberuhigungstabletten für umsonst haben kann? Ich glaube nicht. Okay. 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 Was kennst du über Leonardo da Vinci? Können wir bitte nicht darüber diskutieren? Der Mann hat keinen Respekt für meine Kraft. Er nennt sich eine leute Pseudo-Science. Können wir eine Pseudo-Science produzieren, die mit salzenden Händen und süßen? Eine Pseudo? Ist das nicht nur Baking? Es ist Alchemy, du verdammt! ALCHEMY! Genau, jeez! See you later! Hä? Ja. So, das heißt Ratten-Gift. Kann man das nicht einfach mitnehmen, oder? Ratten-Blaster. Das kann man schon, okay. Ähm. Gute Schneck. Auch ein schöner Pseudo-Science. Nicht auf das! Ist es P... Es ist mein... Gut. Ich gehe mal davon aus, dass wir... Das... Ist da noch was? Rattenskelett? Gut. Ich verstehe es. Der Ratten-Blaster funktioniert. Können wir das nicht mitnehmen? Können wir das irgendwie... Können wir das wiederbeleben, vielleicht? Nein. Mit der käsigen Socke. Ha! Wo bin denn sonst? Ich glaube auch nicht, dass es klappt. Aber Blatt... Ich bin nicht sicher, wie diese... Aha. Was will ich jetzt mit einem Laken haben? Ja, Bettdecke steht da. Können wir irgendjemanden oder irgendwas beräuchern? Beweihräuchern? Geht das vielleicht? Friedhof. Tja, vielleicht ist eine Pflanze. Klappt super. Hm. Solange wir keinen Schlüssel haben, ist mir der Mond auch ziemlich egal, ne? Dass ich da... Die Zettellage für... Für das Türschild da bei... Bei Leonardes Haus brauche. Oder bei dem Labor. Da... Da brauche ich einen Schlüssel für und... Das ist halt blöd. Deswegen brauche ich da noch nicht mehr genau nachschauen, was damit passiert. Aber was mache ich denn damit jetzt hier trotzdem? Oh, der Mond. Der Mond. Also der eine. Neben dem ganz anderen. Können wir den Raben betäuben vielleicht? Mit... Weihrauch. Mit einer Socke. Ich bin nicht sicher, wie die zusammen gehen. Einfach über den Kopf stülpen. Fällt nicht auf. Ich kann ihn nicht aufhören. Der Grafenbecher wird verrückt. Ja, das auch. Ich auch. Pfeffer? Ich bin nicht sicher, wie die zusammen gehen. Hm. Einfach wegbrennen. Ich bin nicht sicher, wie die... Hallo. Hm. Wir haben schon mal alles gemacht. Ist das dein Raben da oben da oben? Ja. Es ist eine Union Sache. Ja, das ist schon mal okay. Ich bin in der... Du, Leonoros, Neub. Ich bin. Also äh... Du bringst die Gäste? Gäste? Welche Gäste? Wenn du wirklich Gäste bist? Oh, Ra... See you around. Toodles! Aber... Aber die Ware ist... Weihrauch? Nein, ich würde lieber... Also muss ich ihm irgendwas geben. Äh, Socken vielleicht. Dann weiß ich es. Achso. Tch. Dann weiß ich es. Kann ich ihm Pfeffer geben vielleicht. Ich bin nicht sicher, wie die zusammen gehen. Wie finde ich denn raus, was er haben will? Schloss. Schloss? Waren wir schon beim Schloss? Oder ist es das Schloss? Ich bin mir gar nicht ganz sicher hier. Schuhe. Da haben wir den Zettel. Genau, die Notiz. Das heißt, wir haben aktuell den Mond hier. Und die Hände müssen... Das müssen so Pinocchio Hände sein. Und er muss die Augen zu haben anscheinend. Gehe ich mir davon aus, dass das das zu bedeuten hat. Schuhe? 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 Mhm. Okay. Ach, hier wollen wir noch gar nicht. Üh, hier ist doch noch ein echtes... Oh, hier ist tatsächlich ein Schloss. Statt dein Geschäft, Stranger. Der Duke ist nicht interessanter Gäste. Der Duke? Ich bin wegen des Rundgangs um halb elf hier. Ich war eben schon mal hier und glaube ich... ...habe hier was verloren. Mein Herr, ich fordere euch zu einem arg wünschen Star-Duell aus. Ich bin hier für den 10.30 Tour. All tours wurden canceled durch die Lack of Guides. Where'd all the guides go? The Duke's two Jesters used to do the tours. But they couldn't stop arguing about how to do them. So the Duke threw both of them in jail until they learned how to play nice. How do a couple of Jesters not get along? They always look like they're in a good mood. Trust me. Clowns are always angry on the inside. I was here earlier and I think I left something behind. Describe the object. It's a big black and white thing. With four legs. Kind of hairy. That's a cow. So. You're saying you brought a cow here. Yes. And that you think you left it here. Exactly. You are unbelievably bad at this. A little bit. Sir. I challenge you to a suspicious squint off. Bring it Rook. I squint suspiciously for a living. And then I do it for fun on the weekends. Start! Start! Sehr überzeugend. Kann ich was machen? Ja. Ich kann es nicht mehr nehmen. Pathetisch. Geh nach Hause und bin ein Familienmann. Was kann ich denn jetzt machen? Hm. Wir müssen auch hier wissen, was wir verloren haben. Ne? Wahrscheinlich. Was ist das gleiche? Das ist das gleiche. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen wissen, was wir verloren haben. Was wir quasi, was hier verloren wurde. Und bei dem anderen Camp müssen wir wissen, was wir eigentlich handeln. Okay. Können wir es abkürzen, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das Starduell funktioniert nicht so ganz. Kann ich das abbrechen? Nö. Verdammt! Es gibt keine Chance, dass du mich verletzt hast. Ich versuche jemand anderes. Na gut. Du musst gehen. Behöver dich selbst. Da wollte ich mich gerade darüber freuen, einen neuen Screen gefunden zu haben. Und dann bringt das überhaupt nichts. Ha. Was haben wir denn mal verloren? Hat er was verloren? Hier braucht man Beruhigungstabletten anscheinend oder Beruhigungszeug. Auf der anderen Seite möchte ich wissen, was aus der Kopf hängt. Auf der anderen Seite mag ich die Hand. Ich bin gerade ein bisschen planlos, falls man das nicht merkt. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Pfeffer machen soll. Ich vermute, dass wir in der Küche noch irgendwas machen müssen. Aber... Puh... Das ist wahnsinnig. Viel können wir da nicht machen. Aber... Ist das Ding scharf? Ja, ne? Genau. Wahrscheinlich. Das heißt... Können wir da vielleicht irgendwas... Klappe halten. So, dann holen wir zurück. Siehst du leicht, glaube ich. Dass wir das irgendwo reinschmeißen können, vielleicht. Wir haben ja anscheinend eine Aktion frei. Topf. Ich finde schon. Hm. Was gibt es denn noch hier? Wir haben ja keinen Zeitdruck anscheinend. Benutzen Pfeffer mit Eier. Benutzen Pfeffer mit gar nichts. Eier einfach nehmen. Anscheinend auch nicht. Das klappt auch nicht. Okay. Die Frage, ob wir irgendwas machen können. Ich habe jetzt diese Folge noch nicht so wirklich festgeschafft, ne? Außer einen neuen Screening gefunden. Hm. Ansonsten würde ich es noch nicht als Fortschritt bezeichnen. Nicht unbedingt. Ich würde ja gerne das Rezept da hinhängen, aber das... Ne, das klappt ja nicht. Die Socke da rein ist auch Quatsch, ne? Flasche, Eier, Topf. Ich weiß nicht, was man mit einer Flasche machen wollte hier. Das ist Quatsch, ne? Ja, ich auch nicht. Aber es... Es wurde nicht gemeckert. Sie kommt nicht zurück gerade mal. Interessant. Vielleicht hätten wir bei dem Ding rumprobieren können. Einfach mitnehmen, geht nicht. Das ist es. Ich kenne deine Hörer. Haaa. Ach man. Wie kommen wir denn an den Raben eigentlich ran? Indem der Totengräber nicht mehr da ist. Wahrscheinlich braucht der Totengräber halt sein Zeug. Und... Dann geht der rein und dann können wir mit dem Raben was Freundliches machen. Oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung. Haaa. Sie hat auch nichts zu melden. Hm. Das können wir auch nicht verschandeln, ne? Das Frühstück? Wahrscheinlich nicht. Ich will gerne vorankommen. Fassade. Ich weiß nicht, was er damit machen könnte und sollte. Ups. Ich auch nicht. Ich glaube ich werde mal ganz ganz kurz heimlich nachschauen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da war ich mal so frech und habe mal kurz was nachgeschaut. Und zwar im Prinzip relativ simpel mit dem Pfeffer, äh mit dem Peperoni, mit dem Pfeffer müssen wir noch was machen. Und zwar anscheinend kann ich mit der Pflanze auf dem Friedhof auch noch was anderes tun. Und muss nicht, hier ist gar nicht der Friedhof Mist. Ähm, oder? Äh, war der hier? Doch, da. Äh, ich kann auch einfach mal dem die Peperoni geben. Na, wir haben ja ein Mittel, was wir dem geben sollen, ein Berührungsmittel, aber anscheinend geht das auch schon mal. So weit habe ich an der Stelle geredet, nämlich gerade mal nicht gedacht. Aber anscheinend, holen sie ihn jetzt. Und da haben wir einen kleinen Schlüssel. Ich behalte einfach an das. Der Pfeffer ist wahrscheinlich ein bisschen zu schüttet, um es zu brauchen. Ich habe gedacht, dass einer dieser hier vorgespeichert hätte. Genau. Und wir haben dann noch den kleinen Schlüssel für die Tür, die hier ist. Und wir haben den Sichelmond. Und wir könnten da vielleicht rein, oder? Bei dem Schild. Ich weiß, dass das geschlossene Augen und auch hölzerne Hände sind. Bingo. Ich denke, ich kann diese Disks jetzt. Mal gucken. Weiter habe ich noch nicht geschaut und gesehen. Von daher. Das ist mal falsch. Das wäre wahrscheinlich. Ja, dann ist es das. Ähm. Und. Äh. Das Zeug da. Klopf, klopf. Mal gucken, was passiert. Hm. Es sieht aus, wie er erwartet hat. Eine andere Kombination. Sicher? Sicher? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, er hat erwartet, dass hier irgendwie was rumsteht. Oder irgendwie was ist. Und wenn ich das jetzt einfach so jetzt nochmal mache. Wobei die rausgestreckte Zunge. Hm. Gibt es noch eine andere Auswahl hier? Nee, ne? Ist auf jeden Fall falsch. Ich meine, dass es richtig war. Aber anscheinend hier nicht. Hier hätte sich jetzt... Oh. Hä? Moment. Moment. Äh. Das war so nicht geplant. Hat trotzdem funktioniert. Das stimmt. Können wir uns verkleiden vielleicht? Nein, ich würde lieber... Du kannst dich bedecken, ja? Oho. Okay. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Konzept ist. Oh, ist das überzeugend. Klar. Die Reinfall-Animation war so ein bisschen komisch. Kelvin! Gute News! Ich habe... Bist du okay, Kelvin? Du siehst, als ob du ein totes Körper gesehen hast. Ja, über das... Ich weiß nicht. Du kalt Leonardo, nicht du? Mörderer! Du doomed uns all! Was? No! Ich bin in eine creepy laboratory with a corpse. A corpse? Did you kill the corpse? How could I kill a corpse? A corpse is a corpse! Of course! Of course! But the corpse wasn't always a corpse! Oh my god, Lees. I didn't. Kill. The corpse. All right. Sorry. Anyway. Good news. A trapped Lupin in a temporal stasis field. If you can finish with Da Vinci before the field dissolves, I can bring you both back simultaneously. Why don't you just bring Lupin back now? If I bring either of you back first, the chrono tunnel might collapse, trapping the other in the past. Which would create an anomaly so massive, that it would definitely destroy the universe. Yeah. Pretty much. I'm on the job. Kelvin out. Oh my god. Oh shit. When you get to come, you can get away, or you just want to say something. Ah. It's the... Oh shit. What else for a 팟? What else did we get to? What else? A couple solid Seconds. Diagramm, a Leiche. We have a whole bunch of papers. Oh shit. If there's anything else? Oh shit. Oh shit. The corpse. The corpse. Oh shit. We go to the corpse. einfach das ist nur ein auge ist kein problem so nicht eklig das ist ganz natürlich ist da hast du auch zwei von